moin leute was geht ja zum titel gelesen es geht um den fahrt der legenden einem der drei story stränge mit dem man seine features von seinem legendären reit hier ausstatten kann habe ich gerade einen kampf gestartet dieses video wird so aufgebaut sein leute ich fange am anfang an und werde das ganze komplett spoiler frei erzählen ja also ich werde jetzt hier nicht irgendwie gegen wen man kämpft welche level voraussetzungen und den ganzen kram ich mache das so stück für stück erst mal zeige ich euch nur wo man die fähigkeiten freischaltet dann fange ich so also ich sage euch früh genug bescheid fange ich an ich sage mal mal ein paar kleine mini spoiler mit reinzubringen wie zum beispiel welche level voraussetzungen vielleicht ganz gut wären und wer dann noch bis zum harten ende bleiben will gibt dann noch mal so ich sage jetzt mal den hart spoiler zum schluss gegen was ihr kämpft wenn ihr euch komplett vorbereiten wollt um halt da perfekt hinzugehen aber die ja nicht gespoilert werden wollen deswegen baue ich das ganze stück für stück auf wir haben mehrere funktionen am anfang wenn wir der wenn wir unser leggi bekommen können wir nur laufen ja ganz normal so wie jetzt auch hier ganz normal das laufen dann kann man freischalten dass man sprintet das gibt es dann gibt es das noch höher springen also normal springen wäre nur so und dann gibt es halt gedrückt halten dann springt man noch höher und es gibt im endeffekt wie das noch höher springen dann die kleidfunktion wenn ihr nämlich dann noch höher springt und dann noch mal drückt dann könnt ihr kleiden es gibt kein richtiges fliegen ist wirklich nur ein kleiden was natürlich ganz gut ist weil auf der karte sehr viele ich habe jetzt gerade kein bild doch da hinten müsste einer sein das ist der leuchtturm weil es gibt mehrere türme in diesem spiel habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen vielleicht sehen wir da drüben gleich einmal da ist normal auch einer um die ecke gibt es hier so türme und da kann man drauf und von diesen türmen aus kann man immer sehr gut losfliegen man kommt recht weit oder ihr hübt einfach die klippen hoch und wie auch immer man das nutzt so und natürlich die letzte funktion ist wenn ihr ins wasser landet könnt ihr drauf surfen weil normalerweise würdet ihr jetzt wieder hochgeportet werden weil ihr nicht schwimmen könnt und so könnt ihr auf jeden fall auch mit diesen funktionen ja die welt bereisen so gibt es nur voraussetzungen wann man diese sachen machen gibt es eine reihenfolge theoretisch nicht ihr könnt theoretisch gesehen direkt zum letzten gehen ja es ist ein bisschen mit türigkeit verbunden deshalb auf jeden fall schon also die sind dazu aufgebaut dass sie halt schon verschiedene stärken haben welche level die man aber nicht sieht so ich zeige euch erstmal wo man was bekommt so wir richten die karte so immer sich richtig hat immer so auf dass hier misola city unten in der mitte ist also das prinzip hier unser anfangsdorf so wir haben auf der karte verschiedene kreise die habt ihr auch die grün umrandeten teile wie das hier sind die herrscher pokémon die man bekämpfen muss so fangen wir mal an es gibt hier unten eins hier in diesem ort da schaltet ihr das sprinten frei wenn ihr gegen das herrscher pokémon kämpft wie gesagt noch spoiler frei hier auf der link seite schalten wir das schwimmen frei dass ihr schwimmen könnt hier oben auf der seite schalten wir das höher springen frei dann haben wir auf der linken seite noch einen direkt eigentlich fast nebendran haben wir das gleiten also dieses halbe fliegen und hier oben haben wir das klettern das sind die fünf fähigkeiten die man freischalten kann die beim jeweiligen herrscher auf jeden fall bekommt das ist prinzip spoiler frei ihr wisst ja zwar wo man was bekommt ja okay das ist da eine mini spoiler aber dafür habt ihr das video angeguckt ihr wollt ja müssen wo man die sachen bekommt und im endeffekt mehr habe ich euch so gesetzt dazu nicht gesagt wie gesagt es wird nochmal wie es gibt nochmal gleich in diesem video den punkt dass ich euch zeige welche level und was man bei der ich braucht und gegen was man kämpft um ein bisschen was zu beachten ich kann euch auf jeden fall den tipp geben leute ihr werdet direkt am anfang euch nicht fliegen holen können kleiden genauso wie ihr zum beispiel auch nicht direkt klettern schaffen werdet also das ist wirklich schon das ist ein bisschen gestaffelt es ist von schwierigkeitsgraden aufgebaut da komme ich gleich zu diesem mit mini spoiler in diesem video welche reihenfolge ich euch empfehlen möchte empfehlen würde falls das jemand wissen wollen würde so dann würde ich sagen gehen wir jetzt für die die gar nichts weiteres wissen wollen also welche führigkeitsgrade blablabla dann sage ich mal vielen dank dass ihr es hierhin zugeschaut habt und lasst gerne abo lassen like da und wir gehen jetzt zu dem mittleren spoiler wo ich euch sage welche level ungefähr und welche reihenfolge vielleicht ganz gut ist danach kommt nochmal eine weitere spoiler warnung wo ich euch alles zeige ja für die die ein bisschen ablauf wissen wollen so gehen wir die reihenfolge an leute persönlich ich würde sagen was ihr halt gern haben möchtet weil wie es priorisiert ich fand ganz wichtig eigentlich das auf dem wasser das fand ich ganz wichtig weil man auf dem wasser viele flüsse und so umgehen kann wie hier zum beispiel hat hier relativ viele flüsse man kann da einfach auch hier flüsse man kann da mit dem mit dem wasser relativ rüber gleiten aber es gibt ruhig eine spielreihen folge die ihr nicht einhalten müssen weil sie gestaffelt sind nach schwierigkeitsgraden hier unten der herrscher der steinklippen der das sprinten freischaltet ist level 16 ja also könnt ihr relativ früh hin ist nicht so ganz so schwer zu besiegen theoretisch der zweite wäre das auf dem wasser surfen der herrscher des weiten himmels oh gottes früher morgen der ist level 20 auch relativ früh im game erreichbar ich habe ihn sogar relativ spät gemacht ich habe ihn als achtes gemacht man sieht ja mal die zahlen nicht also ich habe ihn relativ spät gemacht danach würde man zum herrscher des verborgenen stahls gehen da bekommt ihr das höher springen der als level 29 dann kommt ein klein bisschen skip deswegen ein bisschen aufpassen der herrscher der bebenden erde direkt nach dem fliegen zu machen könnte ein bisschen schwer werden weil der ist level 45 und er schaltet das gleiten frei deswegen level 45 werdet ihr wahrscheinlich im early game nicht schaffen wird ein bisschen schwer werden dann habe ich persönlich noch nicht geschafft aber ich habe es auch nicht ganz so extrem jetzt am anfang wichtig gefunden wie das gleiten zum beispiel der herrscher des drachens glaube ich also am drachensee auf jeden fall ist hier oben und der ist level 56 aber hier ist das besondere es sind zwei ja alle herrscher sind normal alleine dieser herrscher hier kämpft zu zweit also die sind 56 und 57 und ist ein bisschen mächtiger also ich habe das nicht geschafft aber ich habe auch als level 40er pokémon also daher war das für mich ein bisschen zu schwer ich habe den hier mit denen habe ich hinbekommen mit dem perfekten typen aber der rest war ein bisschen schwerer ja so dann würde ich sagen gehen wir kurz zum ablauf wie so ein herrscher kampf abläuft das ist vielleicht schon ein kleiner mini spoiler auch noch mal da als wann wer das nicht wissen möchte bitte abschalten ihr ich mache jetzt hier keinen richtigen spoiler wie das ganze aussieht weil ich finde von der grafik und so soll ich euch das selber kugelt deswegen bin ich hier nichts ein weil ich finde das ist was für euch es läuft prinzip so ob ihr findet den herrscher ihr müsst gegen den kämpfen jetzt zieht ihr mit lebensbalken ab wie in den boss dann haut ihr nochmal ab und dann kommt dann nochmal den verstärkter version und das war's im endeffekt ist das alles ist der ganze bosskampf nicht besäuert ist einfach nur dass ihr bescheid wisst so leute also für die die nur so viel information haben wollten sage ich vielen vielen dank auch hier fürs zuschauen wenn ihr nicht weiter gespoilert werden wollt bitte video abschalten schaut aber gerne bei einem anderen video wieder mit rein schreibt mal gerne die kommentare ob ihr das so okay findet wenn ich das ganze so ein bisschen aufteile für die die halt nur gewisse spoiler bekommen wollen würde mich mal interessiert ob ihr das so okay findet ich habe mir gedacht gehabt ist mal ganz interessant mit spoilern so und jetzt für die für den harten kern die wissen wollen was am ende oder gegen was man kämpft und was als typen empfehlung empfohlen wird würde ich sagen gehen wir mal auf eine internetseite wo das ganze schön aufgelistet ist weil da ist alles schön detailliert dargestellt und ich würde sagen wir sehen uns gleich so leute wir sind wieder für euch war es sekunde für mich war es ein bisschen länger sind wir auf der seite von spiele tipps ich verlinke euch die seite auch gerne noch mal dass ihr noch mal genau nachgucken könnt und hier haben wir eine gute auflistung der herrscher unser erster herrscher klippe herrscher der steinklippe level 16 ist typ gestein empfehlenswert ist also empfehlenswert ist dafür kampf wasser pflanze boden stahl dass ihr bescheid wisst herrscher nummer zwei ade bomb das sieht super komisch aus finde ich mit diesem was auch immer da am schnabel hält level 20 ist ein flug unlicht typ daher elektro gestein eis und fee sehr effektiv schlurm herrscher des verborgenen stahls level 29 ist typ stahl deswegen feuer kampf boden sehr effektiv hier haben wir riesenzahn oder eisenrad hängt davon ab welche edition ihr habt riesenzahn ist dann bei kamesin eisenrad ist bei purpur ist das was ich sage level 45 und hier ist dann im endeffekt die für riesenzahn also habt ihr kamesin wasser flug pflanze psycho eis fee sehr effektiv habt ihr purpur ist das feuer kampf wasser boden sehr effektiv und die letzten beiden ist herrscher und nigiragi das sind ja woher gehen die zwei kämpfe müsst gegen die beiden und beim oberen gegen den großen fisch ist das pflanze elektro und gegen unteren fisch ist das drache fee und das sind die beiden die level 56 level 57 sind ganz wichtig auch für dafür um den hier auszulösen also diesen boss kampf müsst ihr auf die insel die euch angezeigt wird und auf dieser insel gibt es am südlichsten punkt diesen fisch der liegt einfach rum den müsst ihr ansprechen ganz ganz viele fische aber am südlichsten punkt also nie ohne seife der unterste punkt liegt der größte dieser fische direkt an so einer ecke und wenn ihr den ansprecht dann startet der kampf nur mal so als information dafür ja also ich hoffe video ist nicht zu extrem lang geworden aber ich habe noch kurz gefasst also klippe schaltet sprinten frei adeboerm schaltet surfen frei schlurm schaltet springen frei riesenzahn eisenradschalten kleiden frei und hereshai und nie nigiragi schalten euch das klettern frei so ja dann kommt noch was aber das pack ich ein separates video weil das springt jetzt den rahmen leute also vielen vielen fürs zuschauen wir sehen uns hoffentlich im nächsten video wieder bis denne und tschau so so